Das ist ja nur was für das Feld da quasi ausgibst. Saatdünger, Kalk. Zeigst du mir dann jetzt auch an, was ich machen muss? Ob da auch etwas gedüngt werden muss oder was? Wo muss ich da jetzt an das Feld gehen? Äh, nee. Du musst oben rechts, oben rechts, wo da Bodeneigenschaften sind, kannst du die Pfahle links und rechts bewegen. Äh, da kannst du sehen, was da... Pferde und... Was sagt mir das jetzt? So, 50 Vertrag. Wieso, wieso sagt der mir das denn jetzt hier nicht? Weil ich das noch nicht abgeerntet hab, was? Hm, wenn's... wenn's abgeerntet... Nee, du musst ans Feld gehen, dass dir der Stickstoff angezeigt wird. Ach, weil normalerweise beim 19er hast du noch so'n... So'n Gerät dabei... Gut, aber erwarteter Ertrag ist alles tipptopp... Hier jetzt bei dem... Äh, von welcher Marke war das denn, dass nochmal diesen... Was denn? Das position farming... Das ist da, das... Okay... Hier scheint auch alles gut zu sein... Beim Hafer... Erweiterung... Gasball vom Getriebe... Fertigen... Boden... Boden... Das ist groß... pH-Wert... Machst du dich selber? Oder... Peter? Machst du Proben selber? Ja... Mhm... Aber... Du kannst... Fälls ansehen... Statistik... Okay... Kostenertrag... Bilanz... Ist ja auch alles okay... Gut... Da ich jetzt fast arm bin, muss ich jetzt mal gucken, was ich hier machen kann... Achso... So läuft der Hase also... Kannst du den Trecker... Ähm... Mit dem Sensor... Ausstatten... Ja, die... Da hab ich auch diesen einen... Oh... Hat schon aufgehört zu regnen dann selber... Aber das beantwortet mir nicht meine Frage, die ich fühle... Für... Weil da wo ich jetzt die Säge hab... Kannst du... Kannst du normalerweise auch so ein kleines... Äh... Gerät wie beim 19er... Stopfst du kurz in den Boden rein... Drückst du... Dann piept es dreimal... Und dann hast du... Äh... Quasi die Feuchtigkeit... Äh... Ob du... Ähm... Düngung... Oder... Äh... Kalken musst... Das hab ich aber noch nie gesehen... Das hab ich... Das hab ich... Jetzt ist die Frage... Das hab ich halt bei den 19er noch dran... So... Ich war wieder völlig falsch, ne... Ja... Da komm ich nicht lang... Heh... Tam... Moin Java, grüß dich! Moin! Moin... Moin! mittags darf mein freundin gerne noch ein bisschen balle einsammeln genau sollte auch mal was machen schatz hast gehört um schlafen hier rechts rum hat sie dir zumindest frühstück mal jetzt gemacht die hat noch geschlafen als ich aufgestanden bin sie schläft immer noch schrei mal, dass du einen kaffee willst, sie soll mal wach werden und den ganzen tag schlafen meine frau hat mir so alle geklatscht moin, suntribo also, wenn ich mal artig bin, sag ja nur wenn bringe ich der gerne mal frühstück ans bett, dann weiß ich, dass sie schneller aufsteht bloß wenn du nur eine tasse kaffee, der bringe ich da kannst du davon ausgehen, dass es noch eine Viertelstunde braucht frühstück ans bett, alter oh man, man, das Ding muss drunter na gut, ich hätte noch einen kleinen Transporter, so wäre das nicht, ferngesteuert das Auto, stell das Tablet drauf, bist am Computer, dann kannst du das Ding da herfahren lassen ein schöner Weg von der Küche zum Bett wer macht das Frühstück? das mach ich, ich rufstammt bloß an der Computer transportiert werde es halt nur zum ach schau so, ok, ich bin, damit ich nicht pleite gehe, wäre es vielleicht schlau mal ein bisschen Holz schnell zu machen so, was sind wir da jetzt richtig, jawohl, 1575 das hier aufpassen, wenn ich dafür nicht so schnell, dass mach ich mein eigenes Feld kaputt oder wir machen schnell einen Auftrag, was ist ein Auftrag? ah, den Leckratriefen hab ich gerade weggeschnupst was hast du? den Leckratriefenauftrag, den Düng, den hab ich gerade weggeschnupst aber es gibt noch einen mit Ballenpressen ja, aber ich hab auch schon ich hab den einzelnen Schritten ernten, ne, immer Holz da hat der Halsmischel noch ach, weißt du, was das bestimmt ist? was sind die äh, Pachtkosten wahrscheinlich für die Felder aber ich hab ja nicht alles gekauft, ich hab auch einige gepachtet ach so, na gut, das ist das kann auch sein dass es so hoch ist oh, mein Kaffee ist leer schatz, hol mal Kaffee jetzt schatz, hol mal Kaffee jetzt ich stell was, wir machen gerade mal einen Gag daraus ich leg dich gerade mal auf die externe Box, ja, darfst du mal rumschreien sag mal sag mal ja, du bist gerade noch Ratzbegleiter ja bring dich doch um muss, muss die denn aufstehen, oder? ja ja, jetzt, jetzt kannst du ok ich hab mir gedacht, ich mach das so oh mein Gott ich hab mir gedacht, ich mach das so oh mein Gott die regiert ins Boot hätt ich schläft ich hör nichts voll laut bei mir auf den Ohren schatz, aufstehen schatz, aufstehen Bäckermeister ruft ja, übertreibst du so 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 ey, war das voll laut meinte ich hab schon belegte Brötchen? müsste ich hier eigentlich schon, ne? schon sechs Oha, guck mal, meine Bäumchen sind hier schon angewachsen. Morgen! Na, Mäuschen, willst du einen Kaffee? Dann machen wir auch einen mit. Du schläfst weiter. Ah, das ist das schwer. Ah, ne. Ich denke hier gepflanzt. Was ist denn das hier für ein Wald, Alter? Voller Mischwald. Mausi, was ist? Ah, das ist klar. Hast du gut gemacht, Papel. Ich glaube, sie wird mich hassen. Aber du siehst echt gut aus. So, fertig mit dem Auftrag. Was, 3% fehlen noch? Willst du mich vereiern oder was? Ich stelle mal klein und klein paar Burner hier. Ein paar Donuts auf dem Feld, ey. Oh, wie? Wieso? Wieso will er jetzt die... Misch weiter... Du kannst mit der Maus die Säge ein bisschen schräg halten, dann kriegt er es eher. So. Hä? Oder sind die nicht auf deinem Feld? Weil du musst die... du musst das... Okay. Deswegen wundert mich. Also das ist... Kann ich... Ah, das ist Holzfäller, irgendwas... Hast du jetzt ein paar auf dem Deckel bekommen, ja? So. 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 Oh. Hat der Holzfäller-Mod irgendeine... Steuerung? Ähh. Aber ich habe so das Gefühl, das... Beißt sich gerade hier irgendwie. Oh, ne, jetzt. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Jetzt. vielleicht würde ich das gern ein bisschen tiefer hangt haben aber kann ich jetzt bewegen so der zweck ist doch uns wieso machte das denn jetzt nicht auch so weit wieso macht er das jetzt nicht bist du sicher dass es auf deiner fe... ja wieso zeigt das denn nur blau an? ah jetzt ich glaub sie ist denk ich auf mich wo ich heute Abend wieder den braven spiele dann geht das schon wieder den braven oder den bösen hast du auch so einen gummianzug? das wird das ich gern wünsche aber ich weiß nicht ob das... ich find schon so so ein Chippendale Ding und so ein bisschen Stangentanz was springste darauf komisch... da war ein paar rote Weintrauben in den Bauchnabeln und dann gehen das ab dann verdonnerte sie mich dass ich noch so ein Tiger Tanketang dran erzählen was sie labert musst du aber danach selber sauber machen warum mich die Bäume denn jetzt gefällt So, bleiben wir kurz da stehen. Kommt gleich wieder. Hallo Igelchen, die Wogen sind geklettert, alles in Ordnung. Gewogen sind geklettert, sehr gut. Ich meine, sonst kommt es begeistert, prachtvolle, prachtvolle, gefüllte Eier, Sämsauce. Eier, Sämsauce, gebrachtvolle Eier. Naja, jetzt kriege ich meine 5 Minuten. Naja, es ist völlig okay, verstehe ich. So, also 1, äh, es hat bloß der Mähdrescher lief jetzt die ganze Zeit. Ja, genau. Geil. Genau. Geh mal schön Lohnaufträge machen, aber lass den Diesel vom Mähdrescher laufen. Sehr gut. Ah, Mann, und das heutzutage. Greta Thunberg einmal bitte melden, wie bei dem anderen, der ist völlig Greta Maratta. So. Ey, wenn du das nochmal machst, ne, dann komm ich rüber und kleb mich oder meinen Hund an deinem Mähdrescher. Ach, ein Hotdog, kein Problem. Ich weiß mal, ich weiß mal kurz, dass der Mähdrescher einbrannt. Hotdog hast du gesagt? Ja. Ist auch noch ein Nazi. Ah, hier, die Serie. Was ist das denn? Was sind denn das hier? Ach, ne, ich wollte gerade sagen, was sind das für Büsche, aber das ist der Baum, den ich gefällt hab, den ich gesucht hab, der Rimm. Genau, das wollte ich doch. So, Stickstoff ist doch jetzt Kalkwasserbrauch, ne? Ja. Stickstrahler. Oh, super. Boah. So, stellen wir mal einen Bus hier ein. Dann müssen wir das Ding jetzt da irgendwen hier rausboxieren. Na, fein. Der hier dahin gebaut hat, ey. Aber ich glaub, bei Giants hab ich doch auch auf der Seite so eine, quasi wie so ein Gewächshaus so eine Baumschule gefunden, wo du verschiedene Bäume produzieren kannst. Du Brosch. Was war das? Hackschnitzel? Wasser? Und ich glaub, Dünger. So. So, jetzt hab ich mich ein bisschen verfahren. Weg ist der Baum. So, ich brauch ein bisschen Geld. Verkauf mal jetzt hier. Gleich noch ein Baum. Einer geht noch, ne? Genau. Mit dem Auto gleich da hinfahren. Mit dem Auto vor allem. Mit dem Träger. Oh, es wird hell. Hä? Hä? Ja. Ey, aber die Bäume wachsen ja super schnell nach. Ne, grad mal fünf Monate. Ich hab hier so Mammutbäume. Und auch Laubbäume. Ich bin so doof, ey. Ja. Aber ich wollte Mischwollte. Ja. Hab ich. Den können wir noch nicht gleich machen. So, ja. Genau. Okay. 144 Stunden. Hm? Für 2000. Ja. 12例. 255 Stunden. 255 Stunden. groin.